Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir spielen ein Spiel, das funktioniert folgendermassen. Ich bin ganz schlecht in diesem Spiel, Boro muss ich entschuldigen. Darauf stehen Fussballbegriffe. Die müssen wir zwei uns die Fussballbegriffe erklären. Ohne aber, dass wir das sagen, was hier drauf steht. Beispiel Fussball muss man sagen, das Gerät, das man damit spielt. Die Begriffe, die drauf steht, darf man nicht sagen, auch hier nicht. Wir haben nämlich einen Scheissrichter, der schaut, ob du bescheiss bist oder nicht. Aber der Schorsch gewinnt immer bei diesem Spiel. Immer. Da haben wir ein Wortgewandte. Wer soll anfangen? In diesem Fall ist der Dialekt. Du verstehst ihn natürlich nicht. Oh mal, verstehe ich ihn. Wunderbar. Das ist über Hyrogie. Wer soll anfangen? Schere, Steine, Papier. Du kannst wünschen, wer anfängt. Du? Wir müssen anfangen. Also, 90 Sekunden Zeit. 90 Sekunden? Ich suche einen Spieler, der meinte, er ist schon in England. Aber nachdem der Doktor nicht angelaute, muss er jetzt wieder beim Stadtclub spielen. Ja, ich nehme. Absolut. Jetzt musst du mir einen erklären. Passiert ab und zu im Fussball. Jetzt ist Spaguetze passiert. Trainerentlassung. Ist gut. Der Regieer sagt, er ist gut. Oh, du bist Weltklasse. Was ist, wenn der Schorsch als Spieler innerhalb von 45 Minuten drei Räumen geschossen hat? Dem sagt man. Schau, was man zu dem sage. Darf ich das wirklich sagen? Ja, absolut. Schorsch hat es nicht gewusst. Ja, ganz einfach. Ein Moment im Spiel, dass man die Hände benutzen darf. Die Hände? Die Hände im Spiel. Einwurf. Ah, logisch. Aber die Hände. Er war früher bei dem Klub, der acht Mal nacheinander ist, Meister geworden. Er war defensiv. Patrick Müller. Er war immer noch defensiv dort. Uff. Fertig? Ah, er hat falsch angefangen. Wir waren nicht schlecht. Warum? Zwei. Was, zwei? Hast du Stadtklub gesehen am Anfang? Ja, aber du hast darauf gesungen FZZ. Ja, aber es geht nicht. Stadtklub. Das macht mich auch verrückt. Das macht herziges Journalist. Stattklub darf man sagen. Stattklub darf man sagen. So, Hattrick, hast du mal einen gemacht? Sicher. Juniore D, oder was? Ich weiß, Juniore D. Juniore D. Sind wir dran? Wir sind dran. Meistens sind die Einfacheren. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, los. Neymar ist für viel Geld gewechselt. Und was hat es gegeben? Transfer. Transfer. Hat viel Geld gegeben. Das ist eine... Schädigung? Nein. Das Geld, das zahlt wird, ist ja... Ach, das hätten wir es dann spüren. Jetzt ja wüsstest du schon lange, Schorsch. Ja. Transfersumme? Bald. Noch nicht richtig. Anders als für Transfer. Obblöfe Summe? Ja. Ja, das ist ja das Gleiche. Ich würde das mal auf Deutsch sprechen. Also machen nicht nur die Tero. Teno-Sport. Duschen. Nein. Sport mit dem Ball. Fussball. Ja, richtig. Also... Christian und Ronaldo haben schon viel gewonnen. Und auch Messi. Es ist die wichtigste Auszeichnung im Fussball für den Fussballer. Rosstor. Also der Gold... Was sagt man dem? Messi? Du darfst nicht Messi sagen, sagt Regime? Oh, das habe ich nicht gesehen. Das hat er schon nie bekommen, Ballador. Ja. Wenn wir von der Seite an... Corner. Eggball. Franke. Ja, und die, die nachher so einen Bogen machen dürfen. Äh... Ja, die sieht aus wie eine so eine gelbe Frucht... Banane. Banane-Franke, ja. Nein, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht zur Lösung sagen. Er hat gesagt, keine Banane-Franke. Banane ist falsch. Nein, ich habe nicht gesehen. Gelbe Frucht habe ich gesehen. Wenn man jemand... Frucht hättest du nicht dürfen sagen. Hinten hinein laufen lassen. Oh. Absitz. Dann stellt man die... Abschissfallen. Ja, richtig. Richtig. Ich habe gesagt, das sei eine gelbe Frucht. Und dann sagt er Flanke vor, er sieht keine Flanke. Und dann sagt man wie Banane. Der Regie sagt mir, du hättest Frucht nicht dürfen sagen. Was Frucht? Aha, ja. Frucht hättest du nicht dürfen sagen. Und beim Duschen bei der Sportart... Was hat er nicht? Frauenfussball und er hat nur mal gesehen Fussball. Fussball. Aber machen auch andere ja. Ja, welche dumme Antwort duschen hätte schon einer gegeben. Also, ich gehöre es der Regie 3 zu 2. Sieg für uns zwei. Ja, ja. Ja, ja. Ist klar gesagt. Du bist der Erste, der immer Niederlag bietet. Ich wäre mit 3 zu 2 zufrieden. Ich weiss. Mit viel Hilfe von der Regie. Ich schaue immer noch die Live-Übertragungen. Von dem Duschen.